Jo Freunde, willkommen zu einem leckeren neuen Guide von Lords of the Fallen und damit ihr jetzt die restlichen Trophäen einsammeln könnt, habe ich heute euch eine Liste gemacht mit allen Umbrallaugen, die es im Spiel zu finden gibt, damit ihr euch die Trophäe absnacken könnt. Also Freunde, lasst gerne mal ein Däumchen hoch und auch ein Abo da lohnt sich auf jeden Fall, alle Guides zu Lords of the Fallen im Kanal und dann starten wir direkt einmal durch, indem wir das erste Auge hier bei der Windmühle finden. Und da ist eigentlich relativ simpel, ihr startet einfach hier vom Windmühlen Checkpoint, die Auge habe ich euch immer oben reingepackt, einmal auf Englisch und unten auf Deutsch in der Kapitelbeschreibung. Also einmal hier beim Checkpoint links um die Ecke gehen, da können wir hier so eine Statue entdecken, die müssen wir natürlich einmal rausziehen, indem wir in die Welt der Toten wechseln. Das machen wir natürlich einmal, gehen einmal rüber in die andere Welt, ziehen das Ding hier einmal raus und dann können wir hier runterjumpen. Ja und hier unten ist es eigentlich auch schon, ich sammle hier gerade noch das Zeug ein und dann springen wir einmal hier runter und da unten können wir dann das erste Umbrallauge einsammeln von Eliad. Und da unten finden wir es gleich, einmal hier die Runde gelaufen, hier hinten gibt es noch eine Erinnerung, solltet ihr euch auf jeden Fall natürlich auch reinziehen. Und wenn ihr das habt, bekommt ihr noch ein paar Umbrallreste, die ja immer ganz nützlich sind. Ansonsten gibt es hier genau das Auge um die Ecke, hier ist dann die erste Statue hier rechts und da könnt ihr das Auge hier einmal rausziehen. Zack, gemacht und dann ist das Auge hier auf dem Boden einmal eingesammelt und damit ist das erledigt. Das nächste gibt es im Glockenraum und zwar wenn wir da angekommen sind beim Checkpoint, können wir hier ja mit Byron sprechen. Aber wir gehen hier vom Checkpoint einmal links entlang und kommen dann hier zu so einem kleinen See. Ja hier sind einige Gegner, snackt die auf jeden Fall einmal weg und macht die eben platt. Dann ändert ihr die Welt der Toten und springt hier einmal runter in den See rein, wo das Wasser dann eben weg ist. Da könnt ihr einfach einmal runterspringen, hier die ganzen Gegner platt machen und dann folgt ihr quasi diesem Weg einfach und kommt dann eigentlich fast automatisch zum nächsten Umbrallauge. Nämlich das Auge von Rosamund und dann gehen wir hier einmal die Treppe hoch, hier links um die Ecke und da hinten ist auch schon die Statue. Hier kommt noch so ein Flattervieh, das macht ihr eben einmal platt und hier um die Ecke ist die Statue. Zieht ihr einmal raus und schon habt ihr hier das nächste Auge. Gehen wir also weiter zum nächsten und das befindet sich hier im Moor. Ja und da ist der Weg etwas lang, wir starten vom Checkpoint, die Tür solltet ihr hier schon freigeschaltet haben, hauen hier den Dude platt und können dann hier einmal runter gehen. Da kommt noch so ein Typ, wartet eben kurz auf den und gibt ihn eine von oben mit der Sprungattacke. Nehmt vor allem aber auch hier hinten in der Ecke noch den Ring mit, den es hier gibt. Einmal hier durchschlagen und dann können wir hier einen schönen Ring einsammeln. Den solltet ihr euch unbedingt mitnehmen, ist nämlich nicht schlecht das Teil. Und dann gehen wir von hier aus weiter in den großen Platz rein, da wo der Baum ist und wo hier auch hinten die versteinerte Frau war. Also hier einmal reingehen und dann, wenn wir hier auf dem Platz sind, da können wir uns eigentlich ganz gut orientieren und können dann eben weiter gehen. Von dem Baum aus gibt es nämlich dann so eine kleine, ja wie soll man sagen, so ein kleines Portal. Hier so ein kleines Tor, da gehen wir eben einmal durch und können dann in den nächsten Bereich kommen. Hier ist also der Baum, da ist er und dann einmal hier durch das Tor durch. Ja, durch das Tor rennen wir einfach einmal komplett durch. Ihr könnt euch hier drüben sogar auch wieder menschlich machen, wenn gerade keine Feinde in der Nähe sind. Geht dann einfach geradeaus weiter und ihr kommt dann in den Bereich, wo wir den eisernen Reisenden treffen. Wenn wir in die Welt der Toten wechseln, steht er nämlich da und das kann euch so ein bisschen als Anhaltspunkt dienen. Also einfach einmal hier durch und da steht er auch schon, der eiserne Reisende und von hier aus können wir dann eben weiter gehen. Also hier links dann einmal durchgehen, einfach geradeaus beim eisernen Reisenden hier durch die Wand durch. Dann kommen wir hier in so einem Bereich, der so ein bisschen rötlich schimmert. Hier können wir nach links gehen und da einmal uns durchhauen. Ja, dann gehen wir weiter, kommen hier runter zu so einer ersten Statue. Die ziehen wir natürlich raus, da gibt es noch einen Ring, den können wir natürlich mitnehmen. Gehen dann einmal weiter durch, kommen hier zu so einem kleinen Hütchen. Das machen wir eben einmal platt. Und hier könnt ihr euch noch einige Kraftschädel einsammeln. Im Endeffekt müssen wir hier aber dann einmal rechts gehen. Wir sammeln eben noch schnell die Kraftschädel ein. Schadet ja nichts und ehrlich gesagt war ich ein bisschen zu faul, das rauszuschneiden. Ja, na gut, sammeln wir eben die Kraftschädel rein und dann gehen wir hier den Weg einfach weiter. Und können dann hier hinten bei der Hütte einmal rechts entlang gehen, hier einmal durch. Und dann kommen wir hier zu so einem größeren Bereich. Da ist noch so ein Gift-Typ, den klatschen wir eben einmal weg. Und hier noch so einer, den nehmen wir auch noch mit, zack. Und dann gehen wir eben weiter. Lasst euch nicht von diesen kleinen Hunden, Gift-Hunden da nerven. Und kommt dann hier in diesen Bereich rein. Ja, da ist so ein Stelzen-Typ, den machen wir erstmal platt, weil der uns sonst die ganze Zeit mit Feuerbällen attackiert. Und das mögen wir natürlich nicht. Also hauen wir den erstmal hier um, damit wir dann hier hinter gleich die Tür öffnen können. Und deswegen erledigen wir das zuerst. Wir gehen nämlich hier unten in diesem großen Bereich dann erstmal hier auf die rechte Seite hin. Da sehen wir schon, da ist so eine Ranke. Und die müssen wir eben einmal runterziehen. Gehen also dafür hier hoch. Und hier oben ist dann so eine kleine Statue, die wir runterziehen können. Und da habt ihr gesehen, ich habe hier schon die Ranke aufgemacht, weil ich aus Versehen daneben geschossen habe. Aber die ist dann hier oben bei dieser Brücke. Da könnt ihr die Ranke aufmachen. Dadurch geht dann hier hinten diese Tür auf. Und wir können da eben einmal durchgehen. Und wenn wir hier dann durch sind, dann kommen wir hier gleich fast automatisch zu so einem Platz. Nehmt euch hier noch die verlorene Granate mit. Ganz cool. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Können hier dann den Weg weitergehen. Hier ist nämlich zu. Und es geht eigentlich nur geradeaus. Also einmal gerade hier durch. Und dann kommen wir zu so einer kleinen Kreuzung gleich, wo es rechts und links geht. Und dann geht ihr eben hier links entlang. Und da ist dann auch schon die Statue mit dem nächsten Auge, dass wir uns einmal schnappen. Und das nehmen wir natürlich mit. Also erstmal ein paar Gegner platt machen. Und da hinten in der Ecke ist dann das Auge. Ziehen wir einmal raus und schnappen uns das eben. Zack. Einmal eingesammelt. Und ja, des bleichen Schlechters das Auge. Und dann geht es weiter. Und zwar hier in den Mooren wieder. Und ja Freunde, jetzt ist es so, dass ihr natürlich erstmal ziemlich weiter durchlaufen müsst. Und hier ganz am Ende dann in so eine Höhle kommt, wenn ihr wirklich die Moore abgeschlossen habt. Seid ihr ganz am Ende in so einer Höhle und könnt dann hier weiter durchgehen. Also es dauert wirklich eine Zeit. Ihr müsst erstmal durch das ganze Gebirge durch und so weiter. Und kommt dann im Endeffekt hier raus. Wenn ihr ja schon mal ein bisschen weiter gespielt habt, wisst ihr, dass jetzt hier gleich so eine Brücke kommt, wo dann eben der nächste Boss kommt. Und den können wir eben schnell platt machen. Ja, gehen wir einmal hier durch. Und wenn das Auge rot ist, ist das auch super. Weil wenn wir den Gegner platt machen, der kommt, wenn das Auge rot ist, dann bekommen wir sogar auch noch ein Upral-Auge. Dazu aber später mehr. Ja, wenn wir den Boss dann hier besiegt haben, können wir natürlich weitergehen. Und auf die andere Seite von der Brücke gehen und dann eben das nächste Auge finden. Wir machen den gerade mal hier schnell fresh. Und wenn wir das erledigt haben, können wir hier also weiter über die Brücke laufen. Kommen dann hier auf der anderen Seite raus. Gehen dann hier einmal geradeaus durch. Und jetzt gehen wir hier oben hoch. Also nicht hier rechts den Baum runter, sondern hier links einfach hoch gehen. Und dann können wir hier oben uns in die Welt der Toten transferieren. Achtung, da kommen noch ein paar Geister. Das machen wir natürlich platt und ziehen uns hier drüben den Aufzug rüber. Gehen dann rüber hier auf die andere Seite. Einmal hier rum um die Ecke. Und wir merken, dass da unten noch was ist. Bevor wir jetzt aber gleich sofort da runter springen, solltet ihr euch noch, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, hier oben noch den Gegenstand einsammeln. Nehmen wir einmal mit. Auch wieder eine Granate können wir gut gebrauchen. Und ja, dann gehen wir natürlich einmal außen rum und schnappen uns das nächste Auge. Also hier können wir jetzt erstmal nicht lang. Da kommen wir aber von der anderen Seite dann hin. Und falls ihr nicht genau wisst, wie man da hinkommt, dann könnt ihr natürlich bei mir im Kanal Komplettlösung Kapitel 5 schauen. Da gehen wir einmal hier rüber und lassen uns eben hier runter fallen. In Kapitel 5 der Komplettlösung ist der ganze Weg natürlich nochmal deutlicher erklärt. Und hier hinten können wir dann das Auge rausholen. Ja, Freunde, das haben wir dann auch. Also kann es weitergehen zum nächsten Bereich. Und das wirklichen Bereich hier im Lastenaufzug, den wir in der Komplettlösung nicht gezeigt haben. Also das Umbralei von Dieter. Und das können wir eben holen, wenn wir hier schon den Fahrstuhl freigeschaltet haben. Zu den Tiefen, wie das Ganze geht, erfahrt ihr natürlich auch in Komplettlösung Kapitel. Lasst mich überlegen, 6 oder 7 müsste es sein. Da ist natürlich der ganze Weg in die Tiefen nochmal gezeigt. Wenn wir dann hier den Aufzug freigeschaltet haben, können wir nämlich hier einmal runterfahren. und dann kommen wir runter in die Tiefen. Also quasi beim Lastenaufzug Checkpoint, wo Byron auch steht, die Tür dahinter öffnen und hier den Aufzug runterfahren. Und dann sind wir hier in den Tiefen. Wir müssen natürlich vorher die Tiefen einmal freigeschaltet haben und einmal mit dem Aufzug gefahren sein. Dann gehen wir hier runter, wenn wir mal auf den Aufzug rauskommen, linke Seite, wechseln in die Welt der Toten. Und Freunde, jetzt wird es ein bisschen tricky, weil da hinten dieser Typ einfach die ganze Zeit auf uns schießt und das so ein bisschen eklig ist. Ja, ich bin hier tatsächlich auch ein paar Mal gestorben, weil er nicht darüber gejumpt ist. Aber wir müssen einmal hier eben rüber springen. Und von hier aus können wir da unten schon die Statue sehen, wo das Auge ist, ziehen es also einmal raus und müssen dann da runter springen. Das haben wir dann erledigt. Und hier kriegen wir das Umbrallauge von Dieter. Können dann einfach weiter runter springen und dann den Tiefen weiter folgen. Ja, schauen wir uns die nächste Auge an und das gibt es in Calrath. Und ja, Freunde, das ist Komplettlösung Teil 10. Da haben wir dieses Auge geholt. Falls ihr also nicht genau wisst, wie man hier hinkommt, schaut erst mal Kapitel 9 und dann in Kapitel 10 gehen wir eben nach Obercalrath. Ja, da wird das natürlich noch mal ausführlicher erklärt. Aber hier gibt es das Auge des blutigen Pilgrim, also des Pilgers. Und ja, hier ziehen wir erst mal komplett durch in Calrath, bis wir hier zu so einer kleinen Kreuzung kommen, beziehungsweise hier der Weg in diesen Weinkeller, so nenne ich es jetzt einfach mal, reingeht. Und hier können wir dann eben einfach weitergehen. Der Weg ist wirklich komplett geradeaus. Haben wir hier alle Gegner im Weinkeller platt gemacht, gehen wir einfach geradeaus weiter durch. Wie gesagt, es gibt wirklich nur einen Weg hier lang und in Obercalrath könnt ihr das eigentlich gar nicht verpassen, diesen Keller hier. Und da gehen wir eben jetzt einmal komplett entlang. Ja, also einmal hier durch, alle Gegner platt machen, dann kommt ihr hier raus und dann geht es nach rechts und nach links. Wenn ihr das Oberalauge haben wollt, geht es natürlich nach links. Und dann kommt ihr hier auf so einen kleinen Marktplatz mit einem riesigen Baum in der Mitte. Und hier gibt es dann eben noch das nächste Auge zu holen. Hier gibt es so einen dicken Gegner, den müsst ihr natürlich erst mal erledigen, sonst nervt er einfach nur, haut den eben schnell um. Und dann könnt ihr hier weitergehen, indem wir hier im hinteren Bereich dann das Auge finden. Also vom Baum aus einfach hier hinter dieser Karre, da ist eben die nächste Statue. Und da können wir uns einmal das Auge rausziehen und eben, ja, den nächsten holen. Und das ist das Auge des blutigen Pilgers. Und weiter geht es mit dem nächsten, Freunde. Und das finden wir wieder im Glockenraum. Dazu brauchen wir aber erst mal den Pilgerschlüssel. Dann können wir nämlich vom Glockenraum aus einmal nach rechts lang gehen, die Tür aufmachen. Und diesem Weg folgt ihr wirklich einmal die komplette Zeit durch, bis ihr ganz zum Schluss dann eben zu so einer Öffnung rauskommt. Und da könnt ihr dann eben weitermachen. Wir gehen dann einfach komplett hier durch und kommen dann hier wieder raus auf den Pilgerweg. Und ja, hier gibt es dann auch gleich das nächste Auge. Wir können dann nämlich einmal nach links gehen, in der Totenwelt entsprechend. Die können wir ja immer nur in der Totenwelt holen. Die Augen und dann gehen wir hier einmal weiter. Das Ganze findet ihr noch mal detailliert. Auch natürlich in Komplettlösung Teil 11. Und hier gehen wir einmal lang und holen uns das Auge von Aurelio. Und das gibt es hier hinten. Einmal durchziehen und hier das Teil rausholen. Und dann haben wir hier das nächste Auge und können dann zum nächsten weitergehen. Das bekommen wir nämlich hier, wenn wir in diesen Checkpoint reisen zum Denkmal. Und ja, hier war ja der Isaac-Kampf auch und die Quest von Isaac. Das Ganze findet ihr ausführlich in Kapitel 11 der Komplettlösung. Und da gehen wir einmal hier rechts lang vom Denkmal von Dieters Überresten quasi. Können wir hier einmal in die Richtung dieser Burg gehen. Da gibt es zwar nicht viel, aber vor der Burg gibt es noch ein Umbrahlauge. Was wir uns natürlich mitnehmen. Heißt einmal wieder in die Welt der Toten wechseln. Ganz klar. Sonst können wir dieses Auge wieder nicht finden. Und deswegen switchen wir einmal die Perspektive und schnappen uns das Auge. Ja, hier hinten an dem Altar. Hier ist dann so ein kleiner Altar. Wir können dann theoretisch hier in die Burg reingehen später. Hier hinten in die Leiter rein. Und da einmal hochklettern. Aber jetzt switchen wir einmal und nehmen uns dann hier erstmal das Auge von der Statue hier mit. Und können dann weitergehen. Zum nächsten Umbrahlauge. Und zwar finden wir das nächste Auge im Checkpoint der Abtei. Da müsst ihr wirklich schon einiges gespielt haben. Das Ganze wird in Kapitel 13 der Komplettlösung im Kanal nochmal komplett erklärt. Wie ihr da hinkommt und wie das Ganze funktioniert. Ja, von hier aus vom Checkpoint starten wir dann und gehen eigentlich zurück zum Turm. Und beim Turm können wir eben noch ein Umbrahlauge einsammeln. Ich meine, ich hätte das tatsächlich aus der Komplettlösung Kapitel 13 fehlerhaft rausgeschnitten. Und es wird da nicht gezeigt. Also wenn ihr der Komplettlösung gefolgt seid, holt euch das auf jeden Fall noch. Falls ich es irgendwie rausgeschnitten habe und ihr das verpasst habt. Nimmt es mir nicht übel, Leute. Also von hier aus Checkpoint der Abtei einmal komplett zurückrennen, um zum Turm der Buße zu gelangen. Also einmal hier komplett durch. Zurück zum Turm. Und da können wir eben noch ein Umbrahlauge reinsammeln. Und da gehen wir einmal komplett hier durch. Wie gesagt, ich muss es dann nochmal extra schneiden. Und dann gehen wir hier einmal lang, damit wir eben den Weg zum Turm der Buße finden. Hier komplett zurück, wo wir quasi durch die Gittertür zur Abtei gegangen sind. Da sehen wir auch schon den Turm. Und da müssen wir eben einmal rein. Da bekommen wir das Auge von O'Lehrerin. Und ja, das holen wir uns natürlich. Gehen also einmal hier durch. Und kommen dann hier in diesen großen Platz. Hier lang durch das Tor zum Turm der Buße. Da kommt dann noch ein Boss. Wenn ihr den noch nicht platt gemacht habt, macht das auf jeden Fall. Und hier, wenn ihr den Turm erledigt habt, schnappt euch hier das nächste Umbrahlauge. Ja, dann geht es weiter, Freunde. Auch wieder in der Abtei. Und wie ihr das Ganze findet, wird in Kapitel 14 der Komplettlösung gezeigt. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr den wirklich Komplettlösungsweg der Abtei haben möchtet. Im Endeffekt, wenn wir in die Abtei reingehen und immer dem Hauptweg folgen, kommen wir dann hier zu diesem blutigen Brunnen, wo wir einmal rechts nach oben gehen können, wo so ein Bogenschützer auf uns schießt. Den hauen wir natürlich erstmal weg und schnappen uns dann das nächste Auge. Wir gehen einmal hier den Weg geradeaus komplett durch. Und dann können wir im hinteren Bereich dort quasi, ja, wieder in die Welt der Toten wechseln. Schnappt euch natürlich erst nochmal hier die Sachen. Ihr nehmt die Truhe hier noch mit. Und da hinten gibt es auch noch ein schönes Teil. Das ist also hier der Überblick der Abtei. Und da könnt ihr dann jetzt hier weitergehen in die Welt der Toten. Einmal switchen, denn wir können dann hier vom Balkon nochmal runtergehen. Da sieht man nämlich, dass hier so ein kleiner Weg ist, bevor ihr also in den Bossraum geht. Also einmal wechseln und dann sind wir auf der anderen Seite, Weg der Abtei. Und ja, dann können wir hier einmal weitergehen. Zieht euch hier die Aufzüge etwas ran. Das Ganze ist so ein bisschen knifflig. Hier sind natürlich drei Stück. Das heißt, wir müssen ein bisschen rumprobieren, wie das Ganze hier funktioniert. Haut auf jeden Fall erstmal hier den Flattermann um, damit er euch nicht nervt. Und dann zieht ihr eben die Aufzüge hier ran, unterschiedlicherweise. Und ja, das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr von der anderen Seite hier aus startet. Das ist viel sinnvoller, als es ich jetzt gemacht habe. Zieht das Ding also einmal hier ran, so wie es theoretisch schon vorher war. Und dann zieht ihr das Ding hier rüber. Da öffnet sich dann nämlich so eine Plattform. Und jetzt gehen wir erst wieder hier aufs Dach, gehen auf diese Plattform drauf, ziehen das Ding einmal ran und können dann hier natürlich drüben die andere Seite erreichen. Passt auf, dass ihr nicht runterfallt, ganz klar. Und zieht euch dann hier rüber. Ja, hier gehen wir jetzt einmal durch. Also einmal hier komplett auf die andere Seite. Und ja, geht dann hier weiter. Hier oben liegt noch ein Teil. Ich habe tatsächlich keine Tränke mehr und bin dann in diesem Bereich. Es war ein bisschen zu crazy. Und deswegen habe ich jetzt hier nicht alle Gegner platt gemacht. Bin also einfach mal hier durchgerannt auf der Flucht. Und dann bin ich hier lang und habe hier eben noch die zwei umgehauen. Und hier hinten ist dann die Statue zum nächsten Umbrallauge. Und die nehmen wir natürlich einmal mit. Auge von Agatha. Und dann geht es weiter. Es geht dann erst weiter, wenn ihr die Abtei wirklich komplett fertig gemacht habt. Verfluchte Ritter Checkpoint. Und hier könnt ihr euch natürlich upgraden, mal rasten, wie auch immer. Und hier geht es dann eben weiter zum nächsten Auge. Und das bekommt ihr, wenn ihr hier geradeaus durchgeht, kommt ihr ja hier zu so einem relativ großen Bereich. Und in diesem Bereich gibt es eben das nächste Auge. Das Ganze wird auch in Kapitel 5 der Komplettlösung gezeigt. Etwas ausführlicher, damit ihr euch das eben anschauen könnt. Hier gibt es eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Ihr lauft einfach immer weiter bis zu diesen großen Steintreppen. Sammelt hier natürlich noch das ganze Zeug ein. Und dann können wir hier einmal durchlaufen. Also einmal hier einfach die Treppen hoch. Hier oben gibt es dann noch ein bisschen Zeug. Schnappt euch das ruhig und passt auf. Da kommen immer mal wieder solche Magier von oben, die auf euch schießen. Die sind dann schon relativ stark, wenn ihr nicht so gut gegen Heiligresistenz seid. Schnappt euch hier noch den Ring. Den üppigen Ring. Den können wir natürlich immer gut gebrauchen. Und dann gehen wir hier die Treppen hoch. Und kommen dann hier zu der Haupttür. Die ja aktuell noch verschlossen ist. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier funktioniert. Schaut euch gerne mal in die Komplettlösung Teil 14 rein. Und da wird das Ganze nochmal ausführlich gezeigt. Im Endeffekt ist rechts neben der Tür so ein kleiner Gang. Und da können wir uns einmal in die Welt der Toten wandeln. Hier also die Tür und wenn wir davon aus rechts gehen, dann sehen wir, dass hier schon so eine kleine Leiter auf einmal auftaucht. Wir hauen hier eben noch den Gegner um und können dann von hier aus rüber auf die andere Seite den Aufzug einmal ranziehen. Und dann können wir hier rüber gehen und dann nochmal rüberziehen, wenn man das Ding eben treffen kann. Und dann finden wir hier die nächste Statue. Achtung, hier kommen jetzt ein paar Gegner. Haut die ruhig um. Sollte eigentlich kein Thema sein. Und schnappt euch dann hier die nächste Statue. Zieht das Ding einmal raus. Und da haben wir das Umbrahlauge von Dolan. Ja, ganz am Ende im letzten Gebiet, im Lava-Gebiet in der Burg. Da gibt es natürlich auch noch ein Umbrahlauge. Und das schnappen wir uns jetzt. Wenn ihr hier in diese Burg reinkommt, macht ruhig erstmal alle Gegner fresh. Und dann gibt es jetzt hier noch einiges zu holen. Das Ganze findet ihr als Komplettlösung auch in Teil 15. Schaut da gerne mal rein, falls ihr Schwierigkeiten hier in der Burg habt oder nicht genau wisst, wie das hier weitergeht. Da könnt ihr euch das gerne anschauen. Wir rennen im Endeffekt einmal den Hauptweg entlang und kommen dann hier hoch in diesem Bereich, wo wir eben noch ein paar Sachen einsammeln können. Das machen wir natürlich. Gehen hier einmal auf diese Art Rohr rein, auf diesen Tunnel. Nehmen hier noch die Ölflasche mit. Und dann können wir hier gleich einmal links gehen. Wir haben hier natürlich nochmal geguckt, was gibt es hier alles noch zu holen. Aber ja, ist wirklich nicht so viel. Deswegen gehen wir hier hinten links gleich einmal durch. Achtung, ihr müsst hier natürlich in der Welt der Toten sein, da sonst davor ein Feuer ist, wo ihr eben nicht langlaufen könnt. Und das Feuer verschwindet eben hier links in der Welt der Toten. Dann gehen wir einmal rein und wir müssen dieses Auge hier öffnen. Und genau in der Nähe gibt es halt auch, ja, die Erinnerung von Drustran. Erstmal, wenn ihr die Quest ordentlich gemacht habt, dann ist hier die Erinnerung da. Und wir können hier auch sein komplettes Rüstungsset einsammeln. Ist natürlich auch super, wenn ihr die Quest gelöst habt. Quest-Guides natürlich auch alle im Kanal. Schaut euch das gerne mal an, falls euch da noch was fehlen sollte. Ja, wir gehen dann einmal hier weiter, können hier rüber gehen und hier ganz am Ende, bevor wir den nächsten, ja, sozusagen das nächste Auge erreichen, müssen wir hier noch ein paar Gegner platt machen. Und das Auge ist hier so links in der Ecke, hängt das so an der Wand, also hier drüben, da ziehen wir das einmal ran und haben das dann erledigt. Ja, dann gehen wir weiter und zwar auch in der Burg und die können wir ja hier finden, da ist die Burg. Und von diesem Checkpoint aus ist es wirklich ein relativ langer Weg. Ich habe euch das versucht, jetzt hier bestmöglich zusammenzuschneiden, aber ihr findet das Ganze auch nochmal ausführlicher in der Komplettlösung Teil 15. Wir brauchen auf jeden Fall erst den Königsschlüssel, können dann hier hochgehen und eben den Königsschlüssel benutzen, um hier aufzuschließen und dann in den Schlafgemacht des Königs zu kommen. Also einmal hier komplett durchlaufen, es ist wirklich ein weiter Weg, schnappt euch hier noch diese Kiste und bekommt den Katalysator des Lords, den nehmen wir natürlich noch mit und dann gehen wir hier einmal lang. Wir kommen hier erstmal zu so einem runden Teil, wo so zwei Statuen in der Mitte sind, dann können wir hier die Holztreppe hochlaufen, gehen dann einfach weiter hier entlang, hier kommen jetzt noch ein paar Gegner, die machen wir eben schnell platt und gehen dann hier einmal durch. Bevor wir jetzt hier runter gehen, solltet ihr euch hier hinten noch was einsammeln, da liegt nämlich noch was Schönes, nehmen wir natürlich einmal mit und haben die hier nochmal drei Kraftschädel abgesnackt und dann geht es eben weiter. Einfach immer geradeaus durchziehen, wenn ihr diese Tür geöffnet habt und ihr kommt dann eigentlich völlig automatisch zum Schlafgemacht des Königs. Hier müssen wir dann einmal runterspringen, kommen dann hier durchgefallen und können dann einfach weiter gehen. Die Gegner hier müsst ihr jetzt nicht unbedingt platt machen, hier links könnt ihr noch was mitnehmen, schnappt euch das und dann geht es eben weiter und dann hier einmal links um die Ecke. Einmal komplett durch und schon sind wir eigentlich im Schlafgemacht des Königs und von hier aus können wir dann einen anderen Weg gehen. Schnappt euch hier diesen Gegenstand, auf jeden Fall dieses Wickeltuch, ganz wichtig für eine Quest. Falls ihr das noch nicht erledigt habt, schaut gerne mal im Kanal Quest Guide gequälter Häftling, da wird das alles nochmal erklärt. Nehmt hier die Maske des Lords noch mit und dann geht es eben weiter. Im königlichen Schlafgemacht geht ihr hier einmal nach rechts und wandelt euch dann hier in die Welt der Toten rüber und da kommen dann hier so Hände raus. Ihr könnt hier drüben so eine Plattform runterziehen, solltet ihr auf jeden Fall machen und dann müssen wir einmal darüber springen. Von hier aus geht es dann runter auf diesen fetten Kristall drauf und da laufen wir einmal geradeaus durch und bei der Kreuzung den linken Weg, damit wir hier in diesen großen Bereich reinkommen. Und da gibt es eben jetzt noch ein paar Gegner, die wir platt machen müssen. Zuallererst aber auf jeden Fall den Magier, denn der sorgt ja dafür, dass hier überall so rote Splitter rauskommen und den machen wir eben als erstes Platt. Und wenn wir das dann erledigt haben, platzen hier die Splitter des Magiers raus. Wir können das hier alles erledigen und von hier aus können wir dann auch sehen, dass hier hinten noch so eine Planke ist. Da springen wir auf jeden Fall mal runter. Ist zwar ein heikler Sprung, aber sollte eigentlich funktionieren, denn da gibt es noch einen Deralium-Blockbrocken. Nehmt euch den auf jeden Fall mit, um eure Waffen auf Plus 10 upgraden zu können. Und ja, von hier aus können wir dann das nächste Umbrahlauge holen. Geht also einfach weiter hier durch und schnappt euch dann im nächsten Bereich das Umbrahlauge. Also einmal hier die Treppe hoch, wo wir auch gegen den Magier gekämpft haben. Schnappt euch hier den Gegenstand noch, sein Loot vom Magier. Und dann hier einmal hoch. Und rechts hier um die Ecke, da seht ihr schon die Statue. Macht hier eben schnell die Gegner platt, damit sie euch nicht nerven. Und da hinten an der Statue könnt ihr dann eben das nächste Umbrahlauge holen. Und das war es eigentlich auch schon für den kompletten Spielverlauf. Es gibt jetzt noch zwei Augen, die ihr holen könnt. Die sind aber, ja, Quest gebunden. Das heißt, im Endeffekt müsst ihr, um diese zwei Augen noch zu bekommen, einmal die Byron-Quest komplett machen. Das heißt, Winterberry finden, damit Byron sie mit in die Himmelsrast nimmt. Und dann bekommt ihr als Belohnung das Auge. Und das bekommt ihr eben nur, wenn ihr die Byron-Quest fertig gemacht habt. Also, falls ihr die Byron-Quest nicht habt und nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, geht auf jeden Fall mal in Kanal rein. Dort wird die komplette Quest noch einmal erklärt. Also wirklich von A bis Z einmal komplett durch, wie ihr das macht, dass Byron hier in die Himmelsrast kommt. Und als Belohnung bekommt ihr dann eben das Umbrahlauge von ihm. Dann gibt es noch ein einziges Auge. Und das bekommt ihr eben nur, wenn ihr hier den roten Reaper tötet. Und wenn das Auge eben rot leuchtet, ihr lang genug in der Totenwelt seid und ihr diesen Typ dann eben einmal platt macht. Dann bekommt ihr noch das letzte Auge. Und dann, Freunde, habt ihr alle Augen und somit auch die Trophäe. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, damit ihr jetzt alle Augen eingesammelt habt. Also, falls ja, lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da. Und alle Guides zu Lords of the Fallen findet ihr natürlich im Kanal. Klickt euch da also gerne mal durch, falls euch sonst noch was fehlt. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dann und ciao, ciao.